Okay. Ja, geht so. Mich plackt ein wenig Migräne, aber wird schon besser. Boah, Migräne. Kommen Sie so schnell wie möglich zu mir. Mein Abstecher beim Ministerium war nicht von Erfolg gekrönt. Ich hoffe, Sie hatten in der Zwischenzeit mehr Glück. Achio, repare! Ich bin echt froh, dass ich weder regelmäßig Kopfschmerzen oder sonstig in der Richtung habe. Ich kenne genug Leute, die es haben, regelmäßig. Und das ist nie gut. Da oben ist sogar ein extra Symbol. Jetzt habe ich es... Okay, vielleicht ist es auch mit einem Update reingekommen, weil beim letzten Mal habe ich das auf jeden Fall nicht gesehen. Ja, also unser werter Onkel von Voldemort. Genau. Oder wie auch immer. Ähm, ist auf jeden Fall... Ich möchte Ihnen Wingardium Leviosa beitragen, um Objekte für kurze Zeit schweben zu lassen. Sobald Sie ein paar Voraussetzungen erfüllen haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Please, yes. Äh, der ist auf jeden Fall ein Sinnbild für einen Slytherin. Genauso unangenehm. Ich schaffe und teste eine Venimosa Tentacula. Ich schaffe und teste eine Alraune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Okay. Okay, ich habe noch keine Alraune. Wie man da reinkommt, immer noch schleierhaft. Welche Zauber fehlen denn jetzt noch? Descendo. Flipendo. Die Unverzeihlichen. Und Wingardium Leviosa. Und der Acht da oben bestimmt. Arresto Momentum. Eine der epischsten Szenen in Harry Potter. Einfach mal ohne Zauberstab zaubern. Oh, okay. Hilfe bei der Suche nach einem Zauberstab der Familie, der ihm gestohlen wurde. Hat er das hier? Also ging ich zur Eulerei, wie er wollte. Und da standen all diese Statuen. Was meinen Sie mit Statuen in der Eulerei? Ja. Und das hat mich dann zu dem Geheimversteck mit Richard Jackdors Geist geführt. Wer in aller Welt ist Richard Jackdor? Er war hier vor langer Zeit Schüler. Er erzählte mir von einer Geheimhöhle. Ich ging dorthin und direkt neben Jackdors Skelett fand ich die fehlenden Seiten. Sie haben die Seiten. Ja. Und weil Jackdor der darin enthaltenen Karte gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort. Ob Sie es glauben oder nicht. Es ist ein Raum unter Hogwarts. Warum bin ich nicht überrascht? Wollen wir? Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Oh, und wir brauchen das Buch. Ob man... Ob man, ob man, ob man, ähm... Ins Büro des Schulatests irgendwie kommt? Ich glaube, Omnis war auch angepisst, dass ein angeblicher BFF sein größtes Geheimnis dem neuen Schüler beibringt. Oh ja, das auf jeden Fall. Ich hatte ja... Der Raum heißt übrigens die Kartenkammer. Und dort erwartet uns ein Porträt von Percival Reckham. Professor Reckham. Vielleicht hat er auch einen kleinen Crush auf den. Und ist deswegen maximal unerfreut. Mich darauf hinzutreffen. Wie ist dieser Jackdor an die Seiten aus dem Buch gekommen? Peeves hat sie offenbar gestohlen. Und Jackdor stahl sie von ihm. Ah, Peeves. Der Geist, der immer hier ist. Ah, Sie scheinen bereit für Abenteuer. Und das war die ganze Zeit hier unten. Aber warum heißt das Kartenkammer? Und warum sind die anderen drei Gemälde leer? Sieht vielversprechend aus. Spasal-Effects-Hotowin. Wir wünschen. Die Synchronisierung passt gerade nicht zu dem Enthusiasmus, den er haben sollte. Wie beeindruckend. Wenn du das nur sehen könntest. Mhm. Ich wollte gerade sagen, dass das Buch, da ist es glaube ich nicht normal. Hallo Professor Rackham. Wir haben das Buch auf das Podest gelegt, wie Sie wollten. Das ist mein Mentor, Professor Fick. Wie geht es Ihnen, Professor Fick? Und Sie, junger Freund, verstehen jetzt, warum Sie mit dem Buch zurückkehren mussten. Ja, ich verstehe jetzt auch, warum Sie diesen Raum Kartenkammer nennen. Da Sie so weit gekommen sind, müssen Sie außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Würde ich auch fahren. Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn Sie sich würdig erweisen. Die Standorte der vier Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen sie auf die Probe und verschaffen Ihnen Zugang zu unschätzbarem Wissen. Diese Prüfungen müssen Sie allein absolvieren. Erinnern Sie sich an die Denkariums-Erinnerung aus meinem Gringotts-Gewölbe? Sie und Ihr Freund Charles sprachen vom Portschlüssel und von Ihren Prüfungen für jene, die Spuren alter Magie sehen können. Ganz genau. Charles ist ebenfalls ein Hüter. Eine Bezeichnung, die wir uns schon vor Jahrhunderten gaben. In Anbetracht des Wissens, das wir streng geheim halten müssen. Bis jetzt vielleicht. Das heißt, der Weg von den Ruinen zu Gringotts, das Gewölbe, die verbotene Abteilung, die Suche nach dem Raum, das alles waren keine Prüfungen? Sie waren ein wichtiger Teil des Weges, aber keine Prüfungen. Dass Sie so weit gekommen sind, ist jedoch ein gutes Zeichen. Die Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Macht und das Wissen, das wir so lange gehütet haben, nicht in die falschen Hände geraten. Sie testen ihre Fähigkeiten, Angeborene und Erlernte. Aber ebenso wichtig ist, dass alles, was Sie bei den Prüfungen erleben, beeinflussen wird, was Sie mit dem anfangen, das wir teilen. Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren Sie vieles. Das braucht Zeit. Zeit ist ein Luxus, der uns leider nicht vergönnt ist. Wir haben so lange gewartet, Professor Fick. Ein wenig länger kann... Bei allem Respekt, Sir. Ich weiß nicht, welches Geheimnis Sie hüten. Doch ich weiß, dass dieses Kind Spuren entdeckt hat. Spuren einer mächtigen schwarzen Magie, die von Kobolden angewandt wird. Und als wir ihr Verlies bei Gringotts verlassen wollten, trafen wir auf einen ungewöhnlich mächtigen Kobold, der diese Magie beherrschte. Vielleicht sind wir schon zu spät. Fürwahr schlechte Nachrichten. Nun denn, vertrauen Sie Professor Fick? Ja. Dann lassen Sie uns angesichts Ihrer beachtlichen Fähigkeiten und bisherigen Erfolge beginnen. Sie finden die erste Prüfung auf der Karte unter Ihnen markiert. Professor Fick darf Ihnen helfen, die Prüfungen zu finden. Aber nur jemand mit unseren Fähigkeiten kann sie absolvieren. Weil... Wollen wir nachsehen? Ob die vier Hüter auch die vier Häuser symbolisieren? Ich kenne den Turm. Er ist nicht weit. Sie haben ihn vielleicht selbst gesehen? Ja. Er kommt mir bekannt vor. Vielleicht ist dieser Jungspund ja weitergereist, als Sie denken. Als Ihr Mentor kann ich zumindest dafür sorgen, dass es sicher ist. Kommen Sie so bald wie möglich zu mir. Was wissen Sie über den Turm? Sie sagten, Sie kennen diesen Turm. Was können Sie mir über ihn erzählen? Nicht viel fürchte ich. Ich bin schon oft an ihm vorbeigekommen. Er steht nördlich von Hogsmeade. Er scheint verlassen zu sein, wenn ich mich recht entsinne. Doch offensichtlich verbirgt er mehr, als man denkt. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen am Turm. Also gut. Seien Sie vorsichtig und sagen Sie niemandem, wohin Sie gehen. Das werde ich nicht tun. Ja, der ist wirklich nördlich von Hogsmeade. Weil wenn man mal guckt, er hat das... Das wäre natürlich interessant, wenn es die Häuser sein sollten. Glaube ich zwar nicht, aber... Aufträge erledigen. Ich brauche eine Alraune. Was steht da? Bei den Ballons. Kogawa, das ist die Fluglehrerin. Wie ist das? Kogawa ist die Fluglehrerin. Halte auf dem Weg irgendwas. Schubididubididu. Oh, Quidditch wäre so geil in diesem Spiel. Fällt noch einer. Problem ist, es ist dunkel. Man sieht halt echt nicht viel. Kamera drehen. Rebellion Was denn Der letzte Ballon Wir machen mal ganz kurz Tag Damit wir hier was sehen Zack Oder auch nicht Da Jetzt so ein Blindfisch Rebellion Ja hier war ich schon Kifras Wolke hat sich jetzt mal ein kleines Eintopfdurchchen gemacht Muss vor allen Dingen eigentlich Auch mal gucken ob man Rebellion Ob wir Beim Besen Verkäufer Upgrades jetzt kaufen können Meine der meinte doch er braucht ein bisschen Zeit War total random Was Was ist eure liebste Suppeneinlage Also das einzige was ich da sagen würde Wäre Gulasch Und dann wäre es Fleisch Sehr klischeehaft glaube ich Was 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 Irgendein Ballon fehlt. Und der muss auch noch am Bahnhof sein. Oh, lass mich raten. Moment. Okay, ich hätte jetzt tatsächlich vermutet, dass er da unten ist. Oh, Markklößen sind auch geil. Ich bin schon ewig nicht mehr gegessen. Aber Markklößen sind auch cool. Äh, Mark, nicht Mark, Entschuldigung. Markklößen. Das ist der Moment, wo man schon nicht mehr wirklich sprechen kann. Das war nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich ins Inventar. Ich erkunde nur etwas die Umgebung. Ja, es ist gut, ab und zu etwas zu unternehmen. Auch mir ist Wanderlust nicht unbekannt. Leopold Babcock der Name. Und ja, ich verkaufe Waren. Hallo Babcock. Nun, für eine wanderlustige Person wie sie ist es natürlich ungemein wichtig, immer einen Mega-Power-Trank zur Hand zu haben. Ein Quacksalber. Ohne guten Vorrat würde ich keinen Fuß in den verbotenen Wald setzen. Na, was sagen Sie? Eine kleine Sicherheitsmaßnahme für Ihren weiteren Weg? Ich denke drüber nach. Vielen Dank für die Hilfe, Mr. Babcock. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Was verkaufen Sie hier? Das wäre jetzt eine gute Frage. Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Erstmal verkaufe ich alles. Es freut mich, dass Arn seine Sachen wieder hat. Rennrock und seine Anhänger werden so etwas nicht nochmal probieren. Ich hoffe, dass wir noch öfter ins Geschäft kommen. Ich auch. Ich auch. Ich habe zuerst Badcock verstanden. Ich auch. Ja. Badcock. Fünftausend. Okay. Aber du verkaufst Arnraunen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Es war mir ein Vergnügen. Arnraunen brauche ich sowieso. Bin ich jetzt einfach blind, blöd, beides? Diese Luftballons sind jetzt nicht so unsichtbar. Da zwischen den Bäumen. Drecksding. Böser, böser Junge. Und jetzt müssen wir... Das machen. Einmal eine Venemosa Tentakula einsetzen und einmal gegen mehrere Gegner eine Arnrauner. Das ist einfacher gesagt als getan. Wenn wir aber gerade schon mal bei Hogsmeade sind, gehen wir in den Besenladen. Auf geht's nach Hogsmeade. Yes. Der da, ne? Da. Gucken wir, ob es schon Updates gibt. Ah, wie schön Sie wiederzusehen. Nö. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Äh, nö. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Ich hab gehofft, du kannst bestimmt was anderes geben, aber nö, kannst du nicht. Äh, so. Das bedeutet, raus hier und Gegner suchen. Der sah ganz kurz aus wie der Schuhleiter. Die Besen sind nur optisch. Ja. Wir haben keinen grundlegenden Unterschied, aber es gibt, glaube ich, später zumindest, Ähm... Upgrades für den Besen. Ob das ein allgemeines Upgrade ist oder ob das Upgrade auch nur gewisse Dinge verbessert. Das weiß ich nicht. Das soll ich untersuchen. Aufgabe erlebt. Entschuldigung. Incendium. Gut. Dann gehen wir uns mal zwei Zauber abholen. Äh, Hogwarts. Hogwarts. Es gibt einen Mod, die den Besen durch Schreck ersetzen. Ich wollte es nur mal erwähnen. Warum Schreck? Warum Schreck? Also, warum Schreck? servier ich sehr mit Schreck. so les terrains toit réveil Hm. 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 Oh. Hi. Mist. Ach du Drecksack. Yes. Oh je, das hat der Bartmann uns gezeigt. Es gibt auch eine schöne Motte, die Drachen am Anfang gegen Thomas die Lokomotive austauschen. Oh je. Tschu tschu. Oh je, dafür bekomme ich Ärger. Oh je. Talente. Perfektor. Perfektor. Oh. Oh. Hallo Hermine. Ich muss bei der Beschwörung das lateinische Wort für Feder mit Vogel verwechselt haben. Als ich in der Bibliothek meine Tasche öffnete, flogen sie einfach davon. Klingt eigentlich ziemlich genial. Danke, aber ich fürchte die Bibliothekarin sieht das etwas anders. Ich würde die Bücher ja selbst einsammeln und den Zauber entfernen, aber es ist nicht das erste Mal, dass einer meiner Sprüche die Bibliotheksruhe stört. Amit hat Madame Scribner erzählt, dass das meine Bücher sind. Und sie hat gesagt, wenn ich noch mehr Ärger mache, schreibt sie meinen Eltern. Kannst du sie vielleicht für mich holen? Es sind nur fünf Stück. Du bist neu hier. Da wird sie nicht misstrauisch sein. Warum hat Amit die verraten? Warum hat Amit Madame Scribner gesagt, dass es deine Bücher waren? Ich glaube nicht, dass er es böse gemeint hat. Ich denke, er war beeindruckt und wollte mit mir angeben. Amit verbringt viel Zeit, damit die Sterne anzustarren, aber er erkennt einen guten Zauberspruch. Könnte ich, wenn ich Zeit habe. Ich wäre dir so dankbar. Eines der Bücher ist mein Tagebuch. Das sollte nicht in die falschen Hände geraten. Wenn du sie einsammelst und mir bringst, kann ich den Zauber entfernen. Jetzt bin ich interessiert. Wenn ich an diese Bücher will, muss ich sie mit Akio heranholen. Also für deren Herrendering bzw. den Gesichtern gebe ich den Devs eine 11 von 10. Also du findest die gut. Ich weiß ja nicht, ob die Bibliothekarin nicht misstrauisch wird, wenn wir das machen. Wie geht das mit Maus und Tastatur? Zwei, okay. Und wie zählt man? So. Hä? Hä? Ich glaube, man ist ein bisschen schneller im Ziel mit Maus und Tastatur. Selbst ich mit meinem Kartoffel-Aim. Selbst ich mit dem Kartoffel-Aim. Oh, schade. Das ist zwar eine Tagebuch, also kein Buch, aber egal. Warum hast du auf Maus gewechselt? Weil man dieses Zielen damit ein bisschen einfacher hinbekommt. Ich bin aus der K向ke des Zielen. Und das geht nicht. Das tausend ist mir schon mal. Ich bin Geld. Jetzt muss ich mir schade. Ich bin Geld. Ich bin Geld. Nicht warum, wann? Vor ungefähr sechs Sekunden. Du hast gefragt und dann fünf Sekunden vorher. Vielleicht noch hier unten. Da schwebt es rum. Aber natürlich nicht, bevor ich das nicht gelesen habe, ne? Heute war ein guter Tag. Zumindest bis Gareth das seltsame Gebräu, das er entdeckt hatte, über meinen perfekt gedünsteten Flurfliegen verteilte. Ich musste meinen Kessel leeren und von vorne beginnen. Er kann wirklich eine Plage sein, tut so, als wüsste er alles über Zaubertränke und unterbricht ständig Professor Scharps Unterricht mit seinen Experimenten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er schon längst der Schule verwiesen worden wäre, wenn er nicht Professor Weasleys Neffe wäre. Heute Abend gibt es wieder Dorsch. Es schmeckt mir langsam besser, aber ich mag Fleischpassete immer noch lieber. Also, ja gut. Tatsächlich wird über das Essen in der Schule, auch in den Büchern, gar nicht so viel gesprochen. Ich meine nur, dass es fast alles immer gab. Weißt du, dass der Ottoman diese Uhrzeit nicht mehr richtig lesen kann? Ja. Ihr könnt ja einfach mal kurz unterm Stream gucken. Ich habe die Beschreibung, die da in diesem Kasten steht, geändert. Ich glaube, die passt jetzt ganz gut. Hallo, Cressida. Ich habe deine Bücher, inklusive Tagebuch. Oh, da bin ich ja froh. Danke. Diese schwere Last nehme ich dir jetzt gerne ab. Hier, bitte. Tja, Lektion gelernt. In nächster Zeit werde ich sicher keine Zaubersprüche mehr in der Bibliothek üben. Gut, mal sehen, was da schiefgegangen ist. Vielleicht sollte ich mein Latein etwas auffrischen. Besser ist das. Der Stab passt bestimmt zu anderen Holzarten und so, aber zu meiner nicht. Der Text da unten könnte der Titel meines Lebens sein. Schön, schön. So, ähm. Erstmal zu Professor Gali. Alter, ich habe jetzt echt alle Tasten gleichzeitig gedrückt und bin immer noch nicht da, wo ich hinwollte. So. Einmal Rennen in die Jute-Stube. Was ist mit dem Mantel los? Oh Gott. Wie wunderbar, dass wir uns wiedersehen. Wingardium Leviosa. Ich habe meine Aufgaben erledigt, Professor. Schön, das zu hören. Professor Weasley wird es auch freuen. Vermutlich. Ich werde Sie wissen lassen, wie gut Sie sich hier machen. Danke, Professor. Professor Hackett sagte, dass sie Ihnen Levioso beigebracht hat. Nun sollten Sie für einen fortgeschrittenen Schwebezauber bereit sein. Wingardium Leviosa erfordert etwas Konzentration und eine schöne, anmutige Stabbewegung. Mal sehen, wie Sie sich anstellen. Bitte sag es. Bitte sag es. Ausführung, sollten Sie in der Lage sein, Felsen zu heben, als wären es Zweige der Sumpfschafgabe. Das Wutschen und Wedeln. Der Schwebezauber kann Gegenstände schweben lassen. Kontrolliere die Position und dann Bewegung und verwende hierzu die Distanz. Okay. Nice. Sehr gut. Üben Sie ruhig weiter, Wingardium Leviosa, im Gewächshaus. Ich habe ein paar Kisten in den Nebenraum. Das ist es, ne? Wingardium Leviosa. Ein Naturtalent. Hui, Hui, Hui. Endlich, endlich ein praktischer Zauber. Hm. Was heißt denn das Schloss jetzt davor? Professor Garlick, hätten Sie einen Moment Zeit? Die Pflanzen ruhen, also ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ich wollte nur fragen, was Sie dazu bewogen hat, Kräuterkunde zu lehren. Nett, dass Sie fragen. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für Pflanzen. Daher ist meine Arbeit hier ein wahrgewordener Traum. Nach meinem Abschluss bat man mich, für meinen ehemaligen Kräuterkundeprofessor einzuspringen. Er hatte nämlich einen kleinen Unfall. Er war sicher und tröstlich, aber für Sie war es ein Glücksfall. Hm, nun, er hat sich nie wirklich um die Pflanzen gekümmert. Das konnten Sie spüren. Sie wären überrascht, wie scharfsinnig eine Pflanze sein kann. Jedenfalls begann der Ärger, als er eines Tages einen Wiggenbaum anschnitt. Zu seinem Pech verbarg sich in den Blättern ein Bowtruck. Sie erinnern sich sicher an die wunderbaren Geschöpfe, die einem Zweig ähneln. Nein. Der kleine Kerl stach dem Professor ziemlich heftig in die Augen. Das war sicher schrecklich. Für den Professor vermutlich auch. Und da haben Sie als Professorin für Kräuterkunde übernommen? Nicht ganz. Nach drei Wochen im St. Mungo-Hospital erlangte er ein klein wenig Augenlicht zurück. Er bestand darauf, ins Gewächshaus zurückzukehren. Innerhalb einer Woche hat er, angeblich aus Versehen, einen chinesischen Kaukohl getreten. Und schwupps war er wieder im St. Mungo. Das ist fast schon komisch, ja. Er hatte ja eine gehörige Portion Pech. Er tat mir natürlich leid. Aber ich wage zu behaupten, dass ich mehr Mitleid mit dem Kohl hatte. Nach seiner Entlassung hatte sich seine Gleichgültigkeit gegenüber Pflanzen in Verachtung verwandelt. Er verlor das bisschen Geduld, das er noch hatte. Mit einer besonders temperamentvollen Venemosa Tentacula. Und, tja, die daraus resultierende Beurlaubung dauert bis heute an. Ups. Ich bin froh, dass alles so gekommen ist. Und Sie jetzt Kräuterkunde unterrichten. Sehr lieb von Ihnen. Ich liebe diese Gärten und helfe meinen Schülern gern beim Wachsen. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Einen schönen Tag noch. Oh, und nicht vergessen, seien Sie nett zu Wiggenbäumen. Okay. Diese Geschichten, die dir einmal erzählen, sind immer süß. Und, sei es die von Sharp, die Aura-Geschichte, oder das jetzt. Gut. Was mir aufgefallen ist, der Alohomora-Öffnungszauber, wenn es einer ist, den kann ich nicht lernen, nicht als Zauber. Das heißt, entweder ist es ein anderer, den wir später nutzen können, oder wir kriegen den einfach nur als Effekt und können ihn dann anwenden. Ich habe keine Ahnung. Halt auf dem Weg zu deinem Ziel. Blub. Blub. War noch nie hier drinnen. Wie kommt es mit den Aufgaben zurecht? Ha. Sehr geehrte Madame Kugawa, wunderbare Neuigkeiten, dass Sie dem Lehrkörper von Hogwarts als unsere neue Fluglehrerin beitreten werden. Ich wage zu behaupten, dass unsere gemeinsame Arbeit in Hogwarts weniger ereignisreich sein wird, als unsere Zeit am Hafen von Yokohama. Aber man weiß ja nie. Ich freue mich darauf, Sie bald wiederzusehen. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, zögen Sie bitte nicht, mir eine Eute zu schicken. Mit Tilda Weasley. Ich schreibe Ihnen wegen Professor Blacks Entscheidung, das Quidditch-Hauspokal-Turnier abzusagen. Wie Sie wissen, ist es mein größter Traum, einem professionellen Quidditch-Team beizutreten und ich fürchte, dass dieser Traum nun zerplatzt oder wenigstens in weite Ferne rückt. Professor Weasley besteht darauf, dass wir dem Schulleiter gehorchen und habe mich ermutigt, allein zu trainieren. Ich habe zwar einige herausfordernde Übungen für mich entwickelt, aber nichts davon ist mit dem Training auf dem Feld zu vergleichen. Einfach nichts. Können Sie nicht mit dem Schulleiter über oder mit Professor Weasley sprechen. Er würde mich mein ganzes Leben verfolgen, wenn ich dieses Jahr nicht vernünftig Quidditch spielen kann. Nee, wobei, das sind einfach nur Schüler. Das sind einfach nur Schüler. Madame Kogawa, ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Yes. Wunderbar. Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut? Joa. Ja, Professor. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Falls Black Quidditch jemals wieder erlaubt. Nun, da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glatius. Achten Sie auf Ihren Zauberstahn. Zweiberger. Sehr gut. Sie sollten Ihren neuen Zauberspruch hier in meinem Büro üben, ehe Sie ihn auf die Welt loslassen. Okay. Gefriert Gegner ein und erhöht den Schaden, den Sie durch Feuergriffe erleiden. Die Zauber kann ich ja nicht gegen Gegner einsetzen. Die bringen ja nichts. Okay. Wuppi. Kaputt. Kaputt. Mit dem kann ich nicht mehr reden. Glatius, der wird bestimmt im Sommer gut ankommen. Glatius. Ja, ich vermute auch. Ich vermute das tatsächlich auch. Rennen starten. Aber warum ging das? Muss ich die erst alle nacheinander freischalten? Scheinlich. Wow. Großartig. Äh. Scheiße. Also die Perspektive, die man hier zum Fliegen verwenden muss, ist teilweise verdammt prumpf. Das muss mal sehr prumpvoll gewesen sein. Perfekt. Das gefällt mir schon viel besser. So eine fixe Ego-Perspektive wäre viel einfacher. Ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht schnell genug... hin. Das macht echt Spaß. Ja. Wow. Scheiße. Das war nicht übel. Irgendwann muss man echt perfekt, perfekt fliegen oder ich weiß es nicht. Mal gucken. Gibt nichts dafür. Wow. Zweitplatzierter. Okay. Ich... 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 Ich gebe Vollgas und bin trotzdem langsamer. Wow. Das ist schon nicht gut. Kann ich das neu starten? Bitte? Wer hier wohl gelebt hat? Perfekt. Kann ich das neu starten? Ja. Das geht. Nein, kein Mist. Das ist gut so. Hm. Wie wäre es, wenn Sie den Weiche-Zurück-Fluch erlernen würden? Wie wenn doch... Kommen Sie zu mir ins Gewächshaus, sobald Sie die nötigen Aufgaben erledigt haben. Das war wohl nichts. Mann. Hm. Das macht echt Spaß. Wunderbar. Fuck. Ach, du blödes Ding. Ha, geschafft. Großartig. Komm schon. Gut. Basen fliegen. Ich könnte, glaube ich, gar nicht mehr aufhören, das in echt zu machen. Ach, Schapper-Load noch eins. Perfekt. Das gefällt mir schon viel besser. Mhm. Mhm. Ach, Mann. Das hat schon mal geklappt. Ich habe das Gefühl, mein Besen ist noch zu langsam dafür. Was muss ich für Konfrendo machen? Ich beschaffe alle drei Kampffpflanzen und nutze sie gleichzeitig. Pflanze und ernte Flussgras. Dann machen wir das doch mal. Vielleicht schaltet das dann irgendwann auch den Öffnungszauber frei. Das ist ein gemütlicheren Ort als Hogsmeade. Der Schlosszauber. Ah, sie sind's. Welch schöne Überraschung. Der Raum der Wünsche. Ah. Sie haben einen guten Blick für geschäftliches. Äh, Flussgras. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Deine Töpfe, Mittelgröße. Schrumpf. Schrumpelfeige. Malvenkraut. Oh, yes, please. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Oh, Malvenkraut. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. M-m-m. Das ist richtig. Aber wenn wir gerade von Regalen sprechen, äh, gehen wir mal zu Regalen. Äh. Das war der Buchladen, oder? Ich glaube, der Buchladen war's. Äh. Ich denke, Sie sind bereit für Arresto, Momentum, den Verlangsamungszauber. Oh, yes, please. Damit frieren Sie Objekte oder Personen in der Luft ein. Erledigen Sie einfach ein paar Aufgaben und kommen Sie dann zu mir. Damit dürften wir... Fast alle haben. Dann fehlt noch die Sendo. Ich glaube, das ist ja der, den wir gerade nicht freischalten. Und die Unverzeihlich. Ich glaube aber nicht, dass einer der Professoren uns die Unverzeihlichung beitragen. Lassen Sie mich wissen, falls Sie nach etwas Bestimmtem suchen. Also, das wäre zumindest ein bisschen verwunderlich für mich. Tierwesenfüterer. Spielzeugkiste. Schneidestationen. Dummkompostor. Der Hüpfender Topf. Großer Topf. Mit zwei Großen. Mit Mittelgroßen. Mit zwei Mittelgroßen. Mit drei Mittelgroßen. Eins, fünf. Und kann ich noch einen mit Großen? Leider nicht. Dafür muss ich den mit dem... Gut, ich habe ja noch gar nichts, was ich mit Großen einpflanzen kann. Als genau das Richtige zu finden. Was soll der Geiz? Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Gerade nicht. So. Ich bin natürlich ein Idiot. Gut, ich hätte hier oben auch eigentlich direkt die Pflanzen kaufen können. Das wäre ihr Preis gewesen. Er verkauft das gar nicht. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Der Zaubertrankmacher? Wer verkauft die denn? Unterwegs habe ich sie auf jeden Fall bei Händlern gesehen. Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame LaWong. Bitte schön. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Nein, das auf jeden Fall nicht. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ja, bitteschön. Hoffe ich auch. Wiedersehen. Das ist ein Tierwesen. Das ist es auf jeden Fall nicht. Okay, dann geht es erstmal wieder... ...in den Raum der Wünsche. Zack. Das ist ein Tierwesen. Da finde ich den Stil gar nicht so verkehrt. Hallo? E.C. Ich würde das ja gerne da an die Kante dran setzen, aber... ...das Spiel sagt sich nö. Okay, wie sieht der aus? Der ist per se genauso groß. Das ist das weiteste, wie ich herangehen kann. Ich kann nicht weiter an die Wand. You're kidding me. Ich kann das nur ändern. Kacke. Hier passt es auf jeden Fall hin. Okay. Okay, was ist hier alles anpflanzbar? Gut. Malvenkraut kann man immer gebrauchen. Okay. Muss im mittleren oder großen. Ähm... Flussgras ist ein großer Topf. Ach... Kacke. Das haben wir einfach nicht gekauft und das haben wir auch nicht gekauft. Okay. Das wäre ja preis. Das heißt, ich brauche einen großen Pflanzentopf dafür. Was brauchen wir für die andere Mission? Über in der Nähe der Zinnen das Fliegen. Über in der Nähe des Kienbildsturms das Fliegen. 1. 1. 2. 3... 2. 3. 3. 3. 4. 3. 5. 6. 5. 5. 7. Mit dem Raum der Wünsche kann man echt viel Zeit verbringen. Auch nur im Einrichtung. Okay. Herausforderung freigeschaltet Lande-Plattform. Wie? Das war's. Musst du da nur drauf landen. That's it. Wow. Ich schaffe es auch grandios, dann vorbeizufliegen. Reveilio. Easy peasy. Das war's, was Malvenkraut. Äh. Für die Symptomen des Patienten gehören pockennarbige Haut mit grünlichem Farbton, Funkenflug beim Niesen aus den Nasenlöchern und ein grün- und violetter Ausschlag zwischen den Zehen. Ein Lehrbuchfall von Drachenpocken. Möglicherweise tödlich. Ich habe eine zweite Dosis der Gorsmorkur verschrieben, aber das reicht möglicherweise nicht aus. Daher habe ich außerdem ein Euphorie-Elexier verordnet, um das wahrscheinliche Ableben des Patienten zu erleichtern. Ich glaube, das hat nicht geklappt, wa? Achso, ich musste jetzt aktivieren. Mhm. Mhm, 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 mhm. Kann man The Witcher durchspielen ohne Gwinn zu spielen? Äh, ja. Du hast maximal ein, zwei Instanzen, wo du es vielleicht spielen musst in der Story, aber ansonsten musst du es nicht spielen, ne? Nicht, dass ich wüsste. Magst du kein Gwinn, Iris? Was heißt das denn? Ach, du kannst es nicht. Ähm, ja gut, aber das ist ja nicht zwangsläufig das Problem, oder? Rebellion. Organisches Instant-Finsternichtpulver. Dieses Pulver, das aus Peru stammt, erzeugt die Luftverstreute unaufdringlich, das kennen wir. Das, das, das nicht können ist ja erstmal nur relativ gut. Man kann es ja lernen. Da kommt ein Zug. Tschut, tschut. Einer von zehn, das bedeutet aber auch, ich glaube, wir haben wieder eine Herausforderung fertig, ne? Aufträge. Legendäres, gepanzertes Gewand. Ensemble des Klassenbesten. Umhang des Klassenbesten. Wird schon Klassenbester sein. Strebertum und sowas, ne? Da. Blitzschnellbesen. Uniform des Mannschaftskapitäns. Ha. Nebenbei, aber könnt ihr mir erklären, warum es in der deutschen Umfassung gewinnt heißt, in der englischen gewinnt? Ist es eine Abkürzung? Näh, das ist eine gute Frage. Ich wüsste nicht, dass es eine Abkürzung ist. Ist es eine Abkürzung? Hm. Ich wüsste jetzt nicht, dass es eine Abkürzung ist. Gewinnt, das klingt wie Gewinnt im Dialekt. Oder wenn du losgelst. Genau so. Genau so. Oder wie ich Buchstaben verschluckt habe. Ich mag es halt auch nicht so. Ich bin froh, wenn ich nicht vom Pferd falle oder irgendwelche Leute umreite. Aber ich habe schon einen Bären erlegt. Das ist mein allererstes Spiel mit Maus und Tastatur. Überhaupt dein allererstes Spiel mit Maus und Tastatur. Ich weiß nicht mehr, ob der Witch-Harder das beste Spiel für ist. Zweifellos schon lange verlassen. Ja. Hier haben wir jetzt wieder das Spiel. Richtig weg, Lumosen. Nö. That's not gonna work. Ja, ich spiele es auf dem Lepi. Okay, Witcher ist, wenn man es auf einfach spielt, ein sehr nettes Spiel. Witcher ist generell ein geiles Spiel. Witcher hat so eigentlich alles, was man sich wünscht. Und man hat, ähm, reden wir eigentlich von Witcher 3 oder von Witcher 1? Apropos Wingardium Liviosa. Wir können das mit der, ähm, Kirchenglocke machen. Wir können das mit der Kirchenglocke machen. Witcher 3, ich hab's geschenkt bekommen. Nice. Ich bin mir so sehr ein Witcher-Teil, wo man seine eigenen Hexer designt. Dann müsste es aber auch ein deutliches Stück vor dem Witcher-Spiel sein, ne? Den, den, den man jetzt kennt. Zumindest ein bisschen. Wir müssen immer noch diese blösen Pflanzen haben. Ich schaffe all drei Kampfflanz und nutze sie gleichzeitig. Wer hat mir die nochmal verkauft? Hm. Hoppala. Gewinn steht im Polnischen für das Wort WPNG. Gewinne. Ich glaube, du hast sowas falsch geschrieben, oder? Stammt sogar von dieser deutschen Bezeichnung ab. Poln verwendet es aber auch gerne in blumigen Sprüchen wie Jasni gewinnt. Heißt so viel wie Donnerwetter. Okay. Das oder das, das oder das liegt während, kurz nach der Witcher 3-Zeit. Da gibt es so viele Hexer, die ich dann gerne in Persona treffen würde. Nach Witcher 3? Okay, Witcher 3 ist auch schon ein ganzes Stück her. Aber wir haben doch die Fähigkeit verloren, Hexer zu erzeugen. Oder nicht? Ich weiß nicht, ob du mir was verkaufst. Wie kann ich heute behilflich sein? Was verkaufen sie hier? Auch Alraunen. Wonach suchen wir heute? Äh, nichts, was du hast. Ganz klar nichts, was du hast. Doch, der Typ hat mir das verkauft. Der hat nur keinen Vorrat mehr. Kann das sein, dass es das war? Hier ist das Jackdaw Grab. Nicht direkt. Sie haben das Material verloren und einige weigern sich, das den Jungen nochmal anzutun. Aber es gibt ja noch einige lebende Hexer. Warum also nicht einem Hexer plus 50 oder plus 100 spielen? Ja, das ist das, was ich meine. Das heißt, du müsstest entweder einen Hexer, den es schon gibt, und die selbst designen, der dann halt keine Ahnung was ist. Ähm, ja. Ach, Witcher. So ein schönes Spiel. Okay. Aber ich glaube, wir werden heute noch einfach eine Hauptmission anfangen. Äh, ach, scheiße. Entschuldigung. Böse Worte. Ich bin gespannt, ob ich es durchgespielt bekomme. Meine Spielerfahrung beschränkt sich auf Tomb Raider auf Konsole, Fall Guys und Minecraft auf Xbox und Dragon of Atlantic Online. Naja, aber warum nicht? Also ganz, ganz ehrlich, Iris, ähm, ich bin der Meinung, dass du das durftest du schaffen. Das ist ja am Ende, du wirst ja besser im Spiel, in dem du spielst. Und wenn du nicht auf der höchsten Schwierigkeit spielst, das ist ja auch noch machbar. Ich glaube, du schaffst das. Bin ich überzeugt von. Und du hast es doch auch bestimmt beim, äh, beim Uten Geroa gesehen, oder? Also, sorry. Da haben sie aber einfach nur irgendwas gesucht, was sie machen können, ne? Äh, Moment. Das ist der Quest-Turm? Nein, das hätte ich auch nicht sagen. Rebellion. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzukommen. Sun Bakars Turm. Ja, aber Anschauen ist anders als Spielen. Nein, natürlich ist Anschauen anders als selber spielen, aber, das heißt, du hast ja vielleicht schon grundlegend schon mal gesehen, was auf dich zukommt. Und auf einem leichten Schwierigkeitsgrad ist das, das ist machbar. Und es ist, es ist trotzdem, es ist einfach ein geiles Spiel, das schaffst du schon. Ich bin der, ich, ich glaube da an dich, das, das kriegst du hin. Äh, so bevor ich... Und wer dann, ich glaube da, es ist einfach so schwer. Und wer dann bestehen, wenn ganz wichtig.